Ronja! Pui, pui! Pui, 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 pui! Ronja! Pui! Ach! Soll sie sich doch meinetwegen im Wald rumtreiben. Wieso denn bloß? Sie wird schon noch wieder auftauchen. Wieso taucht sie schon noch wieder auf? Aber dann sage ich ihr meine Meinung. Ach so, da bist du wieder. Aber jetzt ist es zu spät. Warum bist du denn nicht früher gekommen? Hm. Ich hätte früher kommen sollen. Ach. Pui, pui, pui! Wieso denn bloß? Was ist denn bloß? Na, 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 warum tut ihr so was? Das tun wir, damit die Stute nicht verblutet. Aber ihr Fohlen ist tot. Ist tot. Sprengt nicht mehr. Das wissen wir. Pui, 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 pui.